Ich liebe die Kartoffel, weil sie zu mir spricht. Na ja, in diesem Jahr sind die Bullen ein bisschen größer als voriges Jahr. Was machst du da? Oskar, schreiben lernen! Belast das, Oskar. Wirst nie lernen, schreiben, lesen, die großen Klassiker, all die ewigen Wahrheiten, stirb und werde! Warte mal, ein bisschen mehr zur Nase, so, ja, damit ich euch alle sehe, ja? So, du ein bisschen mehr zur Seite, alle! Oskar, das Herz ist für dich zum ersten Schultag! Oh, und jetzt hergucken! Kuckuck! Guten Morgen! Guten Morgen, Kinder! Ich heiße Spollenhauer und bin eure Lehrerin. Setzen! Nun, liebe Kinder, könnt ihr vielleicht ein Liedschen singen? Ja! Alle meine Händchen! Ein bisschen klein! Fuchs, du hast die ganze Schule! Du bist ja das kleine Oskarchen. Und die haben wir schon viel gehört. Wie schön du das kannst. Nicht wahr, Kinder? Unser Oskar ist ein guter Trommler. Ja! Doch nun wollen wir die Trommel im Klassenschrank verwarnen. Sie wird müde sein und schlafen wollen. Nachher, wenn die Schule vorbei ist, dann kannst du deine Trommel wiederhaben. Na, komm! Du bist aber ein Beser, Oskar! Dann lese ich euch jetzt den Stundenplan vor. Also Montag, schreiben, rechnen, lesen, Religion. Alle zusammen! Schreiben! Re- Re- Schreiben! Wirst du jetzt aufhören, Oskar! Religion! Religion! Freundin Spollenhauer! Oskar! Re- Oskar! ần Vielen Dank.